Was ist kaputt mit dieser Mannschaft? Hab ich noch nichts gesehen, solche Spieler? Rede, rede, rede! Die ganze Tag rede, aber mach ich nichts! Was? Erlaube! Habeck! Wollen Sie mal kalt, weil die Heißung leer! Mach ich alle verrückt mit dieser Wärmepumpe? Alle, die haben raus, müssen machen diese scheiße Wärmepumpe! Aber wer zahlt? Wer bezahlt diese Pumpe? Lang! Lang! Ist sie nicht so lang! Ist sie breit! Wie Pizza-Kalzorn! Annalena Baerbocke! Jede! Ist weiter! Wort! Annalena Baerbocke Ich mache Fehler! Schlimme Fehler! Sprech, schlechter Deutsch als ich! Scholz! Große Bundekanzler! Vergessen Wasser hatte gegessen zu Mittagessen! Wasser gemacht mit Nord Stream? Gessen wie... äh... Gessen wie kleine Pudel vor die Amerikaner war rum! Lindner! Habe keine Profil! Wie soll er vor Fußballschuhe getragen so lange? So kann er mal nichts gewinnen! Mit Spieler! Schwack! Wie deutsche Wirtschaft tot! Champions League raus! Basta! Erste Runde! Gegenklub vor dritte Liga! Musste erst mal trainieren, hart werde besser! Und nix redet so viel! Sonst spiele ich wie Scheiße! Wir haben fertig! W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W! Vielen Dank.